Guten Tag! Geht das an O2 oder an Microsoft? Wem fällt hier was auf? Oder ist das erst gleich? Wie meinst du jetzt auch? Das wollte ich jetzt gar nicht anmerken. Aber ja, hey! Hat sich bewegt, hey! Hat der jetzt erst geladen? Und was ist das? Hey, jetzt, hey! An was liegt das? An meiner Internetverbindung? Die scheinbar ist da, oder? Hey! Oder an wen? Aber ja, können wir kurz schauen. Ja, ich mach kurz eine Pause. Und dann können wir das von heute lesen, wo ich mein O2 erhalten habe. So, hier die Date, der Tagesflit. O2, ich drück eine Pause und mach was. Ja, entschuldige Dings. Ich hab ein Tagesflit bestellt. Ich hab normalerweise einen 10 Megawatt Vertrag, der nur 1,1 höchstens oder 1,3 raushaut. Ich beendet das Video. Danke! 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 Danke!